hallo everyone this is your daily dose of internet a monitor lizard entered a store in thailand was ist der wirklich so ein krokodil lizard haben sie gesagt also irgend so ein exotisches reptil in der supermarkt ach du schreck ihr wisst nicht wie ich reagieren würde wenn ich da wenn so ein reptil da am supermarkt hier so ich stehe dort im gang und das ist der klettert und reptil zu tun das tut hier egal ob das regal aus die videos mit dem frosch jetzt springen nicht an kommen das ist doch was doch nicht lustig dass es diese diese anspringen das ist das ding das ding nicht da noch mal anspringend das ist man niesende katze diese people were busy snorkeling when the unexpected happened und der wasser ist das ach du schreck aber geile bilder was hat es ist doch und die so in der nähe sind hier bei dem das ist das das muss die ich hoffe den ist nichts passiert dass die dann die mitgezogen wurden oder so aber die bilder mit der gopro diese dann ist der action cam diese dort haben das sind ja einmalige bilder aber das ist brandgefährlich findet wenn der wahl direkt neben dir geniale bilder aber wenn es ist das ist ja direkt daneben das ist das ist also ich weiß nicht wenn du denn wenn du dann in den stuhl mit rein gerät das ist auch brandgefährlich ich denke ja meine nase juckt wieder zu viel zu viel das ist jetzt hier den geldschein verschluckt oder was das wird nichts oh oh es wird was nice this 3d animation company is digitizing the motion of cats with their high end in a motion capturing cat is a motion capturing katze photo scan and motion capture technologies es ist das mit menschen gemacht wurde wusste ich das habe schon gesehen die motion mit menschen funktioniert das wusste ich auch dass das doch katzen stimmt so man muss auch katzen animieren das ist muss auch katzen gibt schon fahren das ist macht sinn ist ja der wahnsinn ja die löser dann mit leckerlis an und dann so schlimm war es doch gar nicht das war nur eine spritze auch wieder wieder darauf reagiert ist wieder irgendwas der hat ja wirklich der hat ja reagiert als wir abgestochen wurden der reagiert als die schwester ihm die und die tierärzte neben dem messer im bauch gestochen oder so das ist reagiert ja wirklich das war einfach nur die überraschung wahrscheinlich das husky was overly dramatic while getting a shot nur die dritte jetzt sehr drauf war mal queen das ist aber eine drama queen aber wirklich ach du schande wenn der das jetzt achten schreck kunst flieger oder wird man eben wird einem zuschauen schlecht der kann das bestimmt der hatte das ist das profi dem würde und dem wäre auch nichts passiert aber jetzt haben wir eine dolle note an gesund heute kann ich nicht vor okay der ist eine dutch kanal der travels right over a busy highway aha eine private yacht sieht man noch nicht alle tage dieser katt ist ein bisschen zu fremdlich hm hier ein bisschen hier ist eine sehr ich hatte ich wir hatten auch mal eine katze in der familie die war wirklich viel zu zutraulich dass ich da also zu den anderen nicht aber zu mir war es richtig also die die hat sich immer der hat immer gekuschelt die hat immer zu einer anderen war so etwas größer aber zu mir war selber das ist irgendwie ist dann zu mir gekommen und dann ist viel zu anhänglich das ist ich glaube ich glaube man gehört zu haben ich bin da nicht sicher aber ich habe gehört gehört zu haben dass mit katzen extrem anhänglich sind wirklich extrem eben netz zu den menschen sind ist das ist das ein zeichen für irgendeine krankheit verdient weil das ist wenn du also normalerweise die dann doch lieber ihr eigenen ihren eigenen scheiß machen und und nicht und nicht so ein katzen sind ja keine hunde die 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 sich immer die immer auf dem schoß kuscheln und zwar das ist also wenn eine katze sich wie ein hund benimmt dann ist das da schon irgendwie zumindest seltsam ach du scheiße ach du schreck da will er drückt da da läuft da läuft gleich lang oder was stimmt wie du da wie die bilder und bilder und wieder was hat schon gesehen dass da ja das video hoffi major day just a little better and as you guys ach du schande ohne sicherung und ohne doppelt dass ich sehen dass ich sehr keine sicherung hatte bestimmt gibt es irgendwie eine sicherung drin aber ich lese bloß gerade nicht es findet darunter fest dann ist auch vorbei also mal ganz im ernst da musst du da da musst du auch lebensmüde sein das ist doch das ist so das ist es ist doch der normale menschliche normale menschliche reflex kann das doch nicht ab das ist ich da traust du dich doch nicht drauf wenn ich irgendwie schon wenn du nicht schon mit dem leben abgeschlossen hast und so weiter und dann nicht und ist dir nicht eigentlich egal das sonst irgendwie da musst du doch irgendwie ein bisschen eine bestimmte ich sehe ich sehe jetzt nicht ob die der sicherung handelt also ich sehe da so ein bisschen an den beiden sich da so ein bisschen das was auf das ist auf diesen diesen kürtel hinweisen lässt dass die da irgendwie schon mit ein bild qualit ist nicht auch ein bisschen zu schlecht dass man das sehen könnte ich dass die irgendwo eingehabt tut ich denke die schon das ist schon gegen jegliche menschliche vernunft das muss also ist schon erst mal sehr viel überwindungskraft und das ist also dass der kleine über kleinen abgründen sowieso schon aber über so einen großen canyon hier ist es ja ich weiß nicht ich weiß nicht der letzte schwenk hier das war noch das ist mir noch mal schön nicht gewohnt machen wir das hello everyone this is your daily dose of internet oh ja die hund die leute aus dem wasser retten oder was das ist einfach über das wasser gerannt das ist ein jesus hund der kann über das wasser gehen das ist einfach über das wasser gerannt hier nochmal zurück hier der hund ist jesus there was netting on the pool that made it look like this dog ran on top of the water so das ist einfach so gut das ist einfach so gut ok, gib mir in die bar und 15 minuten ach du schau, nein nein ach, wenn du jetzt zum blödst oh nein das ist absolut das ist die ganze ganze ofen umgekippst wenn du jetzt zum blöd da drüben wenn du jetzt zum blödst da komm ich ins stottern hier nicht zu blöd sind ihr ihr essen aus dem ofen zu holen das ist oh man der blick die katze äh was will das baby von mir die katze lieben ich glaube die mag babys nicht der blick sagt alles ach das ach das dieser blick ich nehme mir das baby weg die amerikaner die amerikaner benutzen was wie eine gigante waschmaschine um zu trainieren für rollovers und ein Fahrzeug warum wenn wenn sie Astronauten wären ja, aber wozu wozu muss das bei Soldaten geübt werden wofür es ist müssen ja das ist dass das mal ein bisschen rückblick werden muss dass die man durch die landschaft fahren müssen ist wann müssen die denn lernen dass das wenn sich so ein ding auf den kopf dreht aber es ist das passiert doch nicht das passiert doch nicht jeden tag das ist doch das ist solche solche drehdinger die kannst du aus der raumfahrt dass die das das ist dass die astronauten das da üben müssen aber so daten interessiert und do some incredible bird sounds the american robin okay nicht schlecht hat er wahrscheinlich lange geübt dass er das ja dass er die vögel sprechen kann und jammern dicken mann der schläft das ist eigentlich nicht nicht die hier du. geheimnis 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 der die vertrend Ollett told this airport to dim down the lights, because they were too bright. Tower, are you able to reduce the runway lights please? Thank you much. This is a single-celled organism called the diatom. They are interesting because their cell walls are made of silica, which makes them the only organism that are made of glass. They live in oceans and rivers and lakes and produce 20-30% of the world's oxygen. To put that into perspective, the Amazon rainforest produces about 6-9% of the world's oxygen. Here are some videos of me feeding squirrels that come by my house. And ice-hauts. Ice-hauts. A little sweet. A little sweet. Ice-hauts are sweet. And lustig. That's the end of this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very very soon. Later. So. So. An usual memes. Das hab ich mal bei Flipflot gesehen, wo die... die sache durch geschnitten wird hier müssen wir jetzt nicht gucken das haben wir schon mal gesehen ja da ich nach oben so sich gefallen haben unter meinem video auch dort bei den videos auf internet schau bei den videos auf internet vorbei schaut auf twitch vorbei da wird des öfteren gestreamt und ja aber lassen bei mir und ihm da mich nach oben nicht vergessen und einen wundervollen tag haben nicht vergessen man sieht sich auf youtube und